Kommen Sie! Oh, Helikopter! Die kriege ich, die kriege ich! Oh oh! Da wird ein Chinook aufgeschaltet. Du hast mir ja Glück, dass er pünktlich abgehauen ist. Er ist ja noch da. Du musst ihn kicken, wenn wir gleich im Heli sitzen, damit es weitergeht. Und wir hätten mitschleifen sollen. Das muss unbedingt einfügen. Und dass man Leute auch in Fahrzeuge schlupfen kann, die hier raus. Kann man am nächsten Bus noch machen. Nein! Nein! Was? Oh! Und? Und? Ja! 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 Das nächste kommt dann gleich. Das ist eigentlich schwer genug, wo wir den Pettchen haben. Ja, der Grotor. Das funktioniert. Das noch zurück zum... ...darf gestürztes C-130 gehen.